Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu UML, der Unified Modeling Language. Heute geht es um etwas Spezielleres und zwar hatten wir letztes Mal über Assoziationen geredet. Heute reden wir tatsächlich über Assoziationsklassen. Was bedeutet das? Wieder mal dieses Beispiel und jetzt wird es ein bisschen künstlich, gebe ich zu. Manchmal braucht man es tatsächlich, aber in unserem Beispiel ist da jetzt nicht so einfach was möglich. Wir wollen eine Assoziationsklasse einfügen. Das heißt wir brauchen als erstes mal eine Klasse. So und das ist jetzt sozusagen die Wie speichere ich was? Klasse. In unserem Fall könnte man natürlich locker eine Liste benutzen. Manchmal braucht man aber eben noch mehr Informationen. Wir werden jetzt hier einfach mal das ganze Ding als Videoliste angeben. Und ich mache jetzt hier in dieser Assoziation noch ein bisschen was anders, weil wir hatten zwar letztes Mal sehr, sehr gut besprochen, aber ich mache diese Seite mit Leica und Sternchen mal raus und zeige den Pfeil an. So, das heißt der Zuschauer hat eine Liste an Likes und das sind Videos logischerweise. Und jetzt packen wir das Ganze hier aber nicht als Liste von Videos bei dem Zuschauer rein, sondern wir schreiben uns hier unsere Videoliste sozusagen selber und die hat dann noch vielleicht ein paar coole Funktionen zusätzlich oder sowas. Ist quasi eine eigene Klasse. Okay, das modelliert man dann eben so, dass man hier sagt, ich habe meine eigene Klasse und ich packe jetzt hier noch eine Operation rein, eine ziemlich coole, wir nennen die jetzt einfach mal alle empfehlen. Das heißt wir senden an unsere Freunde einfach unsere komplette Videoliste. Also das heißt jedes Video wird irgendwie geteilt oder sowas. Das ist jetzt einfach was, was ihr gerne tun könnt, aber was hier auch ein bisschen künstlich ist natürlich, weil mir gerade nichts Besseres dazu einfällt. So, okay. Das heißt wir haben hier eine Liste an Videos. Klar, hier oben brauchen wir dann noch, nee brauchen wir eigentlich nicht. Und was jetzt hier oder wie das Ganze modelliert wird ist folgendes. Wir nehmen jetzt hier uns diese, wir nehmen uns hier diesen wunderbaren Pfeil, der gestrichelt ist, der hier Abhängigkeiten angibt. Das ist an sich keine richtige Abhängigkeit, aber ja man müsste hier den Pfeil rausnehmen, aber leider ist es tatsächlich ein Bug. Der Pfeil geht hier tatsächlich nicht raus, das kann die ja leider nicht richtig. Macht aber nichts, wenn man hier das Ding so hat, dann weiß man eigentlich auch was gemeint ist. So, und das bedeutet jetzt so viel wie, also wie gesagt, stellt euch einfach vor, dass diese Pfeilspitze hier nicht drin ist. So gehört das theoretisch und achtet auch darauf, hier oben bei der Vererbung von diesem Interface, oder nicht Vererbung, sondern Implementierung des Interfaces, haben wir hier eine Pfeilspitze, die durchgezogen ist. Hier haben wir eine offene Pfeilspitze, das ist für Abhängigkeiten gedacht. Denkt euch trotzdem die Pfeilspitze einfach weg, hier gehört überhaupt kein Pfeil hin. Und dann habt ihr sowas wie eine Assoziationsklasse. Das bedeutet, ihr habt in dieser Videoliste speichert ihr sozusagen, oder ist quasi der Datentyp, der hier beim Zuschauer gespeichert wird. Hier drin sagt ihr, wie diese Sache gespeichert werden soll. Das heißt, das ist im Prinzip nachher der Typ, der hier gespeichert wird. Und was da drin steht, wird durch diese Assoziation hier drin genauer dargestellt. Das soll eine Assoziationsklasse sein und da könnt ihr natürlich dann so viel Logik reinpacken, wie ihr wollt. Das ist sozusagen einfach nur eine Datentypklasse, die vielleicht noch ein bisschen mehr zusätzliche Funktionalität für euch speziell, für eure Zwecke zur Verfügung stellt. Standard Listen oder sowas muss man da auf keinen Fall angeben. Gut, das war es von meiner Seite wieder mal. Nächstes Mal geht es um Aggregation. Ich weiß, diesmal ein sehr, sehr kurzes Video und mit einem kleinen Bug drin, aber naja, passt schon. Okay, wie gesagt, ich hoffe es hat euch gefallen und falls ja, schreibt es mir in die Kommentare. Falls nein, schreibt es mir auch in die Kommentare und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!